Liebe Schwestern und Brüder, Depression ist das Wort der Stunde. Genau jene Depression, wie die Höhle, in die sich Elia verkrochen hat. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man eine solche Leseordnung zusammenstellen kann, indem man einfach das Entscheidende weglässt. Wir haben gestern noch von diesem großen, im 18. Kapitel vom großen Erfolg des Elia gehört. Denn auf dem Karmel, in der Auseinandersetzung mit dem Bals-Propheten und durch die Bekehrung, erneute Bekehrung Israels zum wahren Gott, dieser wahre Gott schenkt dann den ersehnten Regen und beendet die Dürre und damit die Hungersnot. Ein großer Erfolg für diesen Propheten, für diesen Streiter Gottes. Und sofort im nächsten Kapitel ist davon die Rede, und das hören wir leider nicht, deshalb kann man diese Begebenheit, die zwar sehr vertraut ist und heute gern gelesen wird, überhaupt nicht verstehen. Elia ist trotz dieses Erfolgs deprimiert bis auf die Knochen, sodass wir einen Satz lesen, den wir in der Heiligen Schrift äußerst selten finden. Ich wünsche mir den Tod. Ich will nicht mehr leben. Und genau so verkriecht er sich in jene Höhle. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sehe in all dem keinen Sinn mehr. Und deshalb ist die Begebenheit, wenn man sie denn wirklich zur Gänze liest und nicht nur so ein paar Verslein herauspickt, sehr sprechend, wie immer die Heilige Schrift, sehr sprechend für uns heute. Denn auch für uns ist ja Depression das Wort der Stunde. Trotz aller anderslautenden Meldungen, trotz vieler Statistiken, die man so gegen den gefühlten Trend vorlegt. Wer wollte bestreiten, dass die Kirche heute, zumindest hierzulande, in einer tiefen, tiefen Depression steckt? Gott erteilt Elia in seiner Depression, in seiner Höhle, eine kräftige Lektion, die man zusammenlesen muss mit dem, was vorher geschehen ist. All das, was hier geschieht, dass er vor die Höhle gerufen wird. Wir könnten sagen, er wird aus seiner Depression herausgerufen, aber er geht nicht. Und was sich dann vor der Höhle ereignet, Erdbeben, Sturm, Feuer, das sind alles die Dinge, die man mit einer Gotteserscheinung auch des Baal in Verbindung bringt. Und der Gott Israels hat vorher auf dem Karmel gezeigt, dass er da durchaus mithalten kann, weil er der wahre Gott ist und deshalb zeigt er sich in diesen Ereignissen. Aber hier, wenige Verse später, heißt es dann, er war nicht im Sturm. Er war nicht im Erdbeben, er war nicht im Feuer. Und dann lesen wir leider nicht gründlich genug. Dann heißt es hier, nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Aber es steht hier nicht, der Herr war im Säuseln. Das verwechseln heute viele. Deshalb machen sie aus dem Christentum so eine Säuselreligion. Nein, mit Feuer, Sturm und Erdbeben, klar, damit haben wir nichts zu tun. Mit einer Auseinandersetzung mit anderen Religionen, anderen Göttern und anderen Propheten, nein, damit haben wir nichts zu tun. Aber das Säuseln, das lieben wir. Aber es steht hier nicht. Gott ist nicht im Säuseln. Es steht hier, nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel und trat hinaus. Die Stille, liebe Schwestern und Brüder, die Elia hier vernimmt, von der es nicht gesagt, dass Gott darin ist, sondern es ist lediglich die Voraussetzung dafür, Gott überhaupt zu hören, seinen Auftrag zu vernehmen und sein Wort zu tun und ihm zu folgen. Es ist die Voraussetzung dafür. Und damit sind wir wieder sehr aktuell. Die Frage ist, ob wir mit all unseren Verlautbarungen und nachdem sich jetzt sogar der Vatikan bis zur Spitze den Propagandamedien verschrieben hat, in einem Film, der jetzt seit gestern gezeigt wird in den Kinos, fragt man sich, ob wir jemals zu dieser Stille wirklich hinfinden. Deshalb kommen wir aus unserer Höhle, aus unserer Depression auch nicht heraus, weil wir Gott überhaupt nicht hören können, weil wir überhaupt keine Voraussetzungen dafür haben, weil wir nicht hören können wie Elia. Komm, was machst du hier überhaupt, fragt ihn Gott. Was machst du hier? Wünschst dir den Tod. Ich weiß nicht mehr, was ich soll. Die Leute sind alle abgefallen. Was ist das für ein Tod? Für einen Propheten äußerst unpassend. Wir könnten sagen, ebenso für einen Getauften und für jeden Amtsträger. Höchst unpassend solche Töne. Den Auftrag Gottes zu vernehmen, zu wissen, wozu man da ist, wohin man geschickt ist, dazu bedarf es der Stille als Voraussetzung. All diese Verlautbarungen, all diese Homepages, die uns jeden Tag zumüllen mit mehr oder weniger interessanten Sachen, dienen zu rein gar nichts. Sie verschreien jene Voraussetzung, die es braucht, um die Worte Gottes überhaupt hören zu können. Der Prophet darf seinen ganzen Frust herauskotzen, wenn man das einmal deutlich sagt. Das tut er ja. Wie bin ich doch mit Leidenschaft für den Herrn eingetreten? Und die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Und sie haben die Altäre zerstört. All das hochaktuell. Wir brauchen gar nicht viel Fantasie, um das zu aktualisieren. Der Herr antwortet ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Wo diese Depression anfing. Wo du dich in die Höhle vergriechen wolltest. Geh dahin und begib dich nach Damaskus. Und dann beginnt etwas Neues. Und zwar das, was ich dir sage. Wie aktuell ist doch immer Gottes Wort und spricht mitten in unser Leben hinein.